Ja, es ist wieder viel passiert, es gibt wieder viel Neues. Hier sind die Amateurfunk-News November 2023. November. November, das Jahr ist schon fast wieder rum. Okay, hier aber die Amateurfunk-Themen für euch. Das erste Thema, wir haben einen webbasierten Antennendesigner. Die Hemradio 2024 hat ihr Motto. Die Expedition oder Pirat, es geht um Digimodes. 100 Jahre Radio ist ja im Moment allgegenwärtig in allen Medien. ICOM mit einer Warnung. Dann haben wir einen neuen QRP-Transceiver am Horizont, und zwar von Elekraft, den KH1. Und es steht an, an diesem Wochenende, der CQ Worldwide DX Contest in SSB. Ja, das sind die Themen. Ich denke, für jeden ist wieder was dabei. Und ich wünsche dir mit diesen Amateurfunk-News viel Spaß. Ja, November, das Jahr ist fast rum. Und wenn du noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für dich hast, dann schau doch einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung bei den Links. Da ist doch bestimmt was Passendes für dich dabei. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und die Angaben hier in den Amateurfunk-News sind natürlich wie immer ohne Gewehr. Ja, das erste Thema ist Web-basierter Antennendesigner. Und wenn das Web-basiert ist, gehen wir jetzt ins Web und gucken uns das mal direkt dort an. Wir kommen über SOTA-Antennas auf die entsprechende Seite. Verlinke ich natürlich hier wieder unter dem Video. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf ENFET Half-Wave Antenna, einfach um mal ein Beispiel zu sehen. Und sofort wird uns das hier angezeigt. Wir haben hier das Band. Wir können also hier Veränderungen vornehmen, Frequenz. Hier wird Lambda halber angezeigt. Die Unit, also die Einheit, in der wir das machen, ist Meter. Wir können hier auch auf Fuß umstellen. Der Durchmesser des Drahtes ist 1,5 Millimeter. Die Höhe 8 Meter. Die erste Antennensektion ist 7,5 Meter. Das ist diese hier. Und die Sektion 2, das ist dann diese hier. Kann man hier alles einstellen. Und die Länge des Counterpoys, das ist also hier unten. Die Länge ist 2,53 Meter. Hier haben wir dann eine Antenne-Preview. Also hier könnt ihr ganz einfach Veränderungen vornehmen. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, die Farbe der Antenne verändern. Ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Ja, und hier könnt ihr noch zu den Propagation Patterns, also zu der Abstrahlcharakteristik der Antenne, euch die entsprechenden Diagramme ansehen. Dazu klickt ihr hier unten einmal auf Display. Dann wird gerechnet. Und hier unten kommt dann einmal das horizontale und einmal das vertikale Abstrahldiagramm. Ich denke mal, hier kann man ganz einfach, durch einfache Eingabe der wichtigsten Parameter, einfach mal eine Antenne berechnen und kann sich schnell das Ergebnis ansehen. 60 Jahre Islands on the Air Technik trifft auf Abenteuer. Das ist das Motto der nächsten Ham Radio in Friedrichshafen. Die findet statt vom 28. bis zum 30. Juni 2024. 2024 und ich freue mich schon sehr drauf. Und gerade Iota ist natürlich ein Riesenthema. Denn wenn man nur mal bedenkt, was in den letzten Monaten da stattgefunden hat, an die Expeditionen. Ich erinnere an Bouvet Island, die ja leider nur ganz abgespeckt stattgefunden hat. Ich erinnere an Rockall Island. Ich erinnere aktuell an Swains Island. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die Iota betreffen. Und da gibt es mit Sicherheit auch viele Vorträge zu. Und viele der Expeditionäre werden dort anzutreffen sein. Da gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Leute, die Inseln aktiviert haben und für uns Funkamateure in der ganzen Welt zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Und ja, ich freue mich auf die Ham Radio 2024. Das ist ja mal ein Trick. Also wir haben ja oftmals die Problematik, dass wenn die Expeditionen unterwegs sind, dass sich Piraten da runter muschen. Das heißt, da geht eine Station online mit dem Rufzeichen der Expedition, behauptet, er wäre das und arbeitet eine Station nach der anderen. Und ja, du als Funkamateur freust dich tierisch, wenn du die Station erreicht hast und musst dann hinterher feststellen, dass du leider einen Piraten gearbeitet hast und keine QSL-Karte bekommen wirst. Vom 15. bis zum 29. November ist Hotel 4-4 Whisky Alpha aktiv. Das sind Funkamateure auf den Solomonen, auf den Solomonischen, heißt das Solomonische Inseln? Naja, auf den Solomonen. Und die haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen und zwar für den FT8-Fox-und-Hound-Betrieb. Das schauen wir uns jetzt auch mal hier im Internet an. Und zwar kommst du da über die Seite der Expedition hin. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen hier, Link natürlich wieder unter dem Video. Wir gehen jetzt hier auf Operating Info und hier steht das Ganze dann auch schon. Also sie werden in FT8-QRV sein, Fox-und-Hound-Mode und FT8-Proofed Prevention for H44WA. Und hier steht dann, wie es funktioniert. Das heißt, also das ist jetzt eine normale Aussendung von H44WA. Sie geben also ihren Timestamp, ihr Rufzeichen und den Locator. So, und in bestimmten Abständen wird hier ein Code ausgesendet und zwar dieser hier. Der Code ist entscheidend. Wenn ihr den Code seht im Display, könnt ihr auf der Homepage gucken von H44WA. Und zwar ist das dann hier. Da ist die Verification. Und hier seht ihr dann, zu welcher Zeit H44WA welchen Code ausgesendet hat. Und so könnt ihr verifizieren, dass ihr tatsächlich Hotel H44WA gearbeitet habt. Ich finde das genial. Und es ist für euch eine Sicherheit, dass ihr dann auch tatsächlich die QSL-Karte und die Bestätigung für diese Insel bekommen könnt. 100 Jahre Radio. Unglaublich. Am 29. Oktober 2023 jährt es sich zum hundertsten Mal, dass die erste Radiosendung ausgestrahlt wurde. Ich möchte das hier erwähnen, weil das ist ja nun wirklich nah an unserem Hobby mit der Radiosendung. Und da hat sich das Ganze ja angefangen zu entwickeln, auch mit den damaligen Kurzwellenhörern, anschließend mit den Funkamateuren. Und ich finde das, ich finde das ist, das ist unglaublich, dass das erst 100 Jahre sind. Ich finde das, also gefühlt ist das alles viel länger. Okay, ich wollte es hier erwähnt haben und unter dem Video findest du zwei Links. Einmal zu einer Dokumentation in der ARD Mediathek. Das müsste jetzt noch drin sein. 100 Jahre Radio. Und du findest einen Link zum Radio DARC. Und die strahlen am Sonntag, dem 29.10., genau an dem Tag, wo es 100 Jahre sind, eine Sondersendung aus auf den bekannten Kanälen bzw. auf den bekannten Frequenzen. Und oben die bekannten Uhrzeiten. Also ich meine, es ist Sonntag 11 Uhr auf 6070 Kilohertz. Aber auch das verlinke ich dann hier unter dem Video nochmal. ICOM warnt seine Kunden davor, Funkgeräte, also ICOM-Funkgeräte im Ausland zu kaufen. Weil ICOM die Geräte für die entsprechenden Länder konzipiert und spezifiziert und in diesen Ländern dann auch die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Wenn du jetzt ein ICOM-Gerät aus einem anderen Land kaufst, dann kann es sein, dass die Bestimmungen, die in deinem Land gelten, mit dem Gerät nicht erfüllt sind. ICOM schreibt dazu, wenn ein für den japanischen Markt hergestelltes Produkt im Ausland verwendet wird, führt dies wahrscheinlich zu einem Verstoß gegen Gesetze in Ländern außerhalb Japans. Es besteht auch keine Gewährleistung. Ich denke mal, das ist wichtig. Wenn du ein Funkgerät, zum Beispiel in Japan, ein gebrauchtes Funkgerät kaufst, dann hast du keine Gewährleistung mehr. ICOM ist nicht verantwortlich für Reparaturen, Support oder Fragen, die durch den Verkauf, die Verwendung auf ausländischen Märkten entstehen können. Um eine sichere und dauerhafte Nutzung Ihres ICOM-Produktes zu gewährleisten, kaufen Sie bitte Funkgeräte, die den örtlichen Spezifikationen und Vorschriften entsprechen. Bei autorisierten ICOM-Distributionen, Distributoren oder Händlern in Ihren Ländern. So ist es von ICOM jetzt ganz aktuell mitgeteilt worden. Wahrscheinlich hat es da mal Probleme gegeben. Elekraft mit neuem Funkgerät, mit neuem Kurzwellentransziver. Nee, kein K5, nicht so eine große Kiste, sondern ein klitzekleines Gerät namens KH1, Kilohotel 1, Elekraft KH1. Ein kleines Funkgerät, quasi für die Westentasche, ganze 200 Gramm leicht. Und Elekraft wirbt damit, dass man dieses kleine Gerät, was CW macht und für bestimmte Kurzwellenbänder geeignet ist. Die Spezifikationen gucken wir uns gleich noch an. Dass dieses Gerät geeignet ist, dafür es überall hin mitzunehmen und überall QFV zu sein. Sei es Sota, Pota, Geschäftsreise. Auf jeden Fall soll das ein Gerät sein, was man immer dabei haben kann und was komplett so auch schon funktioniert. Da gibt es eine bestimmte Ausstattung. Das Ganze heißt Edgewood Package. Und in diesem Edgewood Package ist schon eine Morse-Taste dabei, Antennentuner, Batteriecharger, Lockbuch, was man so ausklappen kann und so weiter. Ja, und mit diesem Komplettgerät ist man so quasi aus der Tasche heraus QFV. Da ist eine Whip-Antenne drauf, die wird über den Antennentuner angepasst. Du hast aber auch eine Möglichkeit, über eine BNC-Buchse irgendeine Antenne anzuschließen. Sei es jetzt ein Langdraht, ein Dipol oder eine Yagi oder sonst irgendwas. Die Spezifikationen gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also hier ist das Gerät, sieht ganz interessant aus, ist also flach und wie gesagt für die Westentasche und 200 Gramm leicht. Ja, die Spezifikationen, wir haben hier 40 bis 15 Meter. Ich frage mich ernsthaft, warum man hier nicht auch das 10 Meter Band mit reingenommen hat, weil 10 Meter geht jetzt auf und 10 Meter bietet sich wirklich an, denn man kann auch mit wenig Leistung auf dem 10 Meter Band große Entfernungen überbrücken. Also 5 Watt auf allen Bändern zwischen 6 und 22 MHz. CW, Mode, ATU ist drin, hatte ich gesagt, 2,5 Ampere Lithium, Akku. CW-Decoder ist drin, eine Uhr ist drin, eine Fernbedienung, Full Remote Control. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll, möglicherweise über ein Handy oder so, muss man dann sehen. Wie gesagt, 5 Band Receiver, Handheld, gucken wir uns die Spezifikationen nochmal an. Also hier sieht man die Größe, 3,5 mal 6,1 mal 11,2 Zentimeter. 11,2, das Ding passt wirklich in eine Bestentasche. Gewicht 200 Gramm, Power Output 5 Watt bei 11 Volt. Also es scheint ein interessantes Gerät zu sein für unterwegs. Und ja, leider ist es derzeit in Europa nicht verfügbar aufgrund mangelnder CE-Kennzeichnung. Ich denke aber mal, dass Elekraft daran arbeiten wird und dass das dann auch noch kommen wird. Und last but not least, dieses Wochenende ist World Wide DX SSB Contest. Es ist einer der größeren Conteste, wenn nicht der größte Contest. Die ganze Welt wird QRV sein. Denk dran, 10 Meter ist relativ offen. Du wirst möglicherweise die ganze Welt auf 10 Meter in SSB arbeiten können. Die Bänder werden wieder brodeln. Ich weiß, Conteste, das ist so eine Sache, spaltet die Gemüter. Und die einen mögen es, die anderen mögen es überhaupt nicht. Und ja, ich finde es ganz gut. Man hat Betrieb auf den Bändern, richtig Betrieb. Und man kann viele Stationen arbeiten. Es ist zwar nur ein 5,9, aber es macht trotzdem Spaß, in der ganzen Welt rumzufunken. Und zu gucken, dass seine Anlage wirklich gut funktioniert und dass man auch in den fernsten Ländern gehört wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Contest. Ich freue mich, dass du wieder bis hierhin durchgehalten hast. Und wenn dir die AFO-News hier wieder gefallen haben, dann doch bitte, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFO-Channel wieder etwas Neues gibt. Bis zum nächsten Mal.